So, ohne Einverständnis. Diesmal rauben wir eine Auto... teure Auto-Mutti haben wir seine Fresse aus. Okay, let's go guys. Mach das Ding auf. That electric box controls the gate. Sure you can have it open in seconds. Ich mach den Wachmann weg. Now find the storage room. That's where the keys will be. Hey, wer hat geschossen? Ich hab den Wachmann weggemacht. Man hört das voll. Ich war im Autohaus drin, ich guck die Menschen so an. Boom. Okay, let's roll. Und haben wir ver... Ja, schalt einfach. Ja, aber schieß nicht. Warum machst du es hier hin? Warum hier hin, Bro? Ach, stimmt. Nee, ich mach die Mülltonne rein. Nee, wir brauchen noch den Platz für die da drin. Brauchen wir Platz. Ach so. Ja, soll dieser Penner hier bleiben? Ja. Weg mit dem. Also, wir schauen mal, ob links ein Wachmann ist. Äh. Bis jetzt, sieht gut aus. Okay. Warte. Nee. Gut. Was willst du mit Teledin eigentlich? Nö. Dein Bruder schenken oder was? Nö. Ja, machst du immer, Alter. Alter, ich hab äh, Aufnahmen an. Ja, ist mir doch scheißegal. Teledin ist doch nicht Ding. Okay, die sind diesmal wieder woanders. Jetzt können wir eigentlich wieder, ich weiß nicht, ob wir hier machen sollen. Oder doch, wir müssen eh hier. Klar, weil wir müssen an den IT-PC. Ja, okay, dann easy. Tick, kein Bachmann. Schießt du ohne Visieren? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. So was kann's. Schau mal, ZDF. Hans? Wie geht das? Willst du Visier haben? Ja. Mach dir Visier. Fake Visier. Oh Gott. Wir wussten das. Guck. Such dir eins aus. Ja, ja. Ai, ai, ai. Shit. Such dir eins aus. Kommt her. Warte, wir haben... Scheiß Kaffee ausgeschüttet. Ich hab hier... Ich hab hier drei Leichen liegen, was meinst du? Flüss Kaffee. Warte. Ich habe... Ich komm, ich komm. Kaffee ausgeschüttelt. Such dir eins aus. Schnell. Ich hab hier drei Leichen liegen, Alter. Da rechts umme Ecke. Ich geh schnell raus und hol mir ein Leichending. Ah. Ey. Hä? Der sieht dich. Schenk. Boah, der hat die Leichen doch gesehen. Ja, dann schalt den aus. Das war ein Zivilist, Bro. Deswegen. Ja, trag den weg. Ja, ja. Ja, Bro, ich hab nur eins. Ich brauch noch einen. Ja, ich komme. Selv, hol schnell. Moment. Mein Tisch ist voller Wasser. Moment. Ich fick diesen Visierarm. Na gut. Ich hab ne andere Idee, Schenk. Leg deinen Bag da vor die Tür. Da, wo wir waren. Ja, okay. Alter. Im Treppenhaus. Im Treppenhaus, im Treppenhaus. Hm? Da müssen wir nicht so weit laufen. Alles klar. Leg dein Bag hier im Treppenhaus. Alles klar. Da vorne, gell? Okay. Ja, ja. Ja, ja. Wo ist deine Packs? Diese Packs? Wo kann ich noch mehr holen? Du kannst den droppen. Drück G. Und halt gedrückt. Das stimmt eh okay. Ich muss den Zivilisten holen. Wo ich drück Ö, geht nicht. Oje, nicht Ö. Geh, Bro. So, hier. Hier liegen immer noch zwei Leichen. Die Kernen. Ich komm, ich komm. Unvorbereitete Piss. Wach, Mann! Wach, Mann! Er hat mich nicht gesehen. Soll ich ihn abschießen? Soll ich? Nein, 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 nein. Lass ihn. Ganz sneaky. Ey, darf ich rennen? Ne, ne? Ne, das ist glaube ich zu auffällig. Ja, okay. Du kannst am Monitor, du hab ich ja gezeigt, Ding machen, wenn du willst. Nummer 9. Hast du verstanden? Was? Links hat er. Oh shit, das sind zwei. Hast du ein Visier? Das sind zwei. Beide gehen r- Beide sind wieder unten, Chank. Und ist das gut? Das ist krass. Ja, okay. Ey, Müll raus, bring mal die Pisse weg. Oho, wie viele Leichen. Ist alles weg? Ja, ist gecleared. Oha, wie krass. Ja, ich musste handeln, da waren drei Stück. Schieß mal einmal, ob das dahin zum Beispiel, ob das richtig ist, gell? Dahin, auf Wand. Ja. Ja. Ist gut? Ja. 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 Ja, hol. Hä, wo denn? Die wir am Anfang abgeballert haben. Soll ich die nehmen? Ne, ich hol den schon. Sieht voll clean aus hier, keine Menschen mehr, Bro. Die sind alle unten. Soll ich PC'n? Ne, der meinte irgendwie IT oder so. Was für IT'lern? Die Frage ist, haben wir vorhin verkackt, wenn wir den falschen PC gehackt haben oder nicht? Das soll doch behindert, Digga. Das frag ich mich. Ja, stimmt. Wir müssen gucken, weil bis jetzt sieht alles gut aus. Ja, zur Not machen wir's halt nochmal, keine Dinge, leh. Außerdem, der PC muss ja in dem Raum sein, wofür wir die Keykarte haben, macht ja gar keinen Sinn, leh. Sonst. Jawohl, ich trag ne Leiche mit mir rum, ja erstmal da reinlaufen. Geil. Die Mülltonne ist groß. Da passen genug rein. So, wer will denn die Mülltonne, Jungs? Da wartet der. Wachmann, 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 wachmann. Einer in der Küche, pass auf. Laptop, Laptop. Einer in der Küche, einer in der Küche, er ist raus. Ich weiss, ich weiss, ich weiss. Den einen fickst du? Oder soll ich? Der ist da. Ich weiss nicht. Soll ich ihn ficken? Ist da, ist da, ist da. Oh, beide. Oha, Junge. Geht zum Anderen, geht zum Anderen, geht zum Anderen, geht zum Anderen, geht zum Anderen. Geht zum Anderen, geht zum Anderen, geht zum Anderen. Bernt one, Bernt one, Bernt one. Hier? F gedrückt, F gedrückt. Hold on, here, anything. Maybe Sunspots? Ja. Okay. Okay, Bruder, alles clean. Ja, trage den weg. Warte, hier war noch einer, Bro. Wenn er das sieht, sind wir gefickt. Ja, scheiß auf den, deswegen trage weg. Ja, ZF, mach doch. Ja, hab ich. Wo ist der Müllmann? Weg damit, weg mit dem Schmutz. Es müssten noch drei Wachmänner sein, glaube ich. Ja. Da ist jemand. Ich würd gern nach unten gucken, sag ich dir, was ist, Cenk. Ich würd gern wissen, was da ist. Ja, aber wir haben keine Leichensäcke mehr, Bro. Ja. Äh. Äh. Doch, äh. Äh. Zedif hat noch ihren Back. Hol du von draußen. Hol du von draußen noch. Draußen liegt der Meiner. Wie komm ich hier denn raus? Wie komm ich hier raus wieder? Hä? Ganz oben, gell? Äh, ja. Ja. Ich hör mal auf zu schießen, Alter. Ich seh. Deswegen. Jetzt weißt du, jetzt weißt du, warum ich Schalten einfach gedrückt gesagt hab. Oh. Hör auf zu ballern. Sorry. Sei froh. Ich schwöre, sei froh. Ich schwöre, sei froh. Ich schwöre, sei froh. Ich mach hier mal die Tür auf, sonst laufen wir ja ewig. Cenk, warte, ich mach die Tür auf. Da ist noch eine Aufladung, ne? Ich hol mir die. Cenk, bleib hier, ich mach die Tür auf. Ja, boh, das ist so. Ja, boh. Oh. Da ist jemand. Wir gehen einfach weg. Ja, wo genau? Äh, wenn du oben, äh, bist, ne, da ist, Wache. Wo genau, ist der nah dran? Ja. Ja. Oh, links, rechts. Oben, äh, links. Sag ich mal, ja. Der ist wieder weg, der ist wieder weg. Ja, wenn er kommt, fick ich deine Mutter bis zum, geht nicht immer bis zum HZ hier hin. Ich will mir kurz, ich will kurz gucken, ob ich da runter schauen kann, ohne gesehen zu werden. Ich will wissen, wie viele noch stehen. Sieht so gut aus. Ist jetzt schon, ja. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Clean. Ey, was ist das für ne Fake Lamborghini Marke, Digga. Und, 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 und. Oh. Oh. Zick, der Lann. Oh. Ich dachte schon, Bro. Schrei doch nicht, du Schlampe. Zurück, zurück. Wenn was ist, ich hab auch noch ne Waffe, du hast ne Waffe. Und, Zedif, leg mal bitte dein, äh, dein, äh, Gepäck, also dein, hier, wie heißt der Scheiß? Nein, es war jemand hinter dir. Hinter euch. Ja. Verfolgt der uns? Das wär da ein Fragezeichen. Lass mir hier, lass hier in den Raum rein. Ich hab da, da war keiner, Bro. Doch, doch. Guck. Hast du gesehen? Ne, ich hab da gar nichts gesehen. Rechts. Ja, ja, die geht runter wieder. Gut, gut, gut. Ja, Zedif, leg mal bitte dein, ähm, Müll-Dings da, äh, hier bitte noch, äh, in... Wie heißt der Scheiß? Leichen? Ja, dieses Leichensack, den bitte ins Treppenhaus legt. Damit wir da uns dran bedienen können. Wir brauchen Säcke. Wir brauchen Säcke. Ja, wir brauchen Säcke. Aber wie meinst du? Boah. G gedrückt halten. Auf den Boden. Aber hier am besten, hier. Ja, hier oben, hier oben, komm hoch. Hier oben, amenakodomo. Hier. Hier oben und an G gedrückt halten, auf den Boden gucken. Ach so. Hier kommt der Bodyman Case. Ja, schrei doch laut aus. Es müssten nicht mehr viele sein, tatsächlich. Nur noch dieser Hurensohn, der immer hoch und runter kommt. Meinst du? Ich glaube es sind noch mehr. Ja, aber der, der Typ ist hauptsächlich Ding. Und, äh, drei Stück noch. Ja, moin. Da ist jemand. Der kommt. Ist da noch jemand oder ist er alleine? Ich habe jetzt keinen Leichensack mehr. Obwohl ich kann noch einmal nehmen und... Obwohl ich kann noch einmal nehmen und... Ich habe jetzt noch einmal den Pastert. Ja. Dann haben wir glaube ich alle. Ja. Also oben, ja. Ich glaube es sind noch zwei... Da ist, äh... Da ist, äh... Ja. Ja, das merken die aber nicht. Das ist unwichtig. Ah, das Ding hat sogar... Das Ding hat noch eine Aufladung. Perfekt. Wir sollen im... Hier gucken in dem Büro nach, äh... Äh... Dings gucken, wer der IT-Manager ist. Karen T. Henley. Ja. Ich hoffe, dass das auch bitte an den Tischen steht, weil sonst direkt durch haben wir nach ihm. Schauen wir mal, ob mir irgendwo hier die Namen stehen von den Wichsern. Hä? Sei leise. Ah, wir müssen nur sein PZ hecken. Ja, aber... Aha. Hier an der Seite, Bro. Siehst du die Namen nicht? Wo? Hier, Karen... Äh... Karen T. Henley. Warte mal, ich geh noch mal gucken. Sicher sicher. Checkst du jetzt? Wir haben das falsch gemacht, Bro, davor. New Staff Employee. Karen T. Henley. Okay. Das kann ja nur die sein. Ich meine, was soll's jetzt sonst sein? Wenn's jetzt wieder nicht ist, ich schwör's dir, dann gibt's Ärger. Ich werde... Ich werde jetzt den PC hacken. Wo der Name steht. Hier, Karen T. Henley. Der ist wer... Der ist Edward Black. Warte, ich schau noch mal den Rest durch. Carson Daniel. Mary Brown. Amy Herrmann. Bob Rogers. Cynthia Lopez. Ja, okay. Das ist der, Bro. Ich hoffe doch. Das... 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 Das gibt keinen Sinn. Okay. Give me a minute or so. Herz im Maul. Yup. Ja. Es ist eh kaum noch einer da. Es ist alle da... Alle im Müllsack. Ich höre noch Leute sprechen, aber die sind unten. Das Geräusch hier auch. Das Geräusch hier auch. Okay, keiner da. Niemand da. Ja. Stand by, Gang. Okay. Ah. War ich so draußen, gell? Draußen ist C4 plus C4, ja. Also war es alles richtig. Haben wir falsch gemacht am Anfang. Bleibt ihr hier mal hier drin. Ich mach das schon. Obwohl, ne, kommt mit. Draußen sind Zivilisten. Ja. Nehm mal Ding, genau. Willst raus. Ja, müssen wir das Televisten töten. Ja, müssen wir wohl. Da sind zwei. Der da ist sogar ein Wachmann. Ja, ja. Ah, Fresse Land. Ja, wir müssen ihn ausschalten. Ja, aber die Zivilisten sind doch da. Sie sehen das doch. Ja, warte mal. Oh. Er geht weg, er geht weg, er geht weg. Oh. Haha. Ne, er steht da. Er geht weg. Marvin, dein Einsatz, dein Einsatz, dein Einsatz. Oh. 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 Warte, er geht wieder zurück ins Haus. Wartet. Können dann rein. Warte, ne, jeder. Na ja, finde ich spät an. Ja. Weiß ich wann. Alles gut. Ne, ich weiß nicht. Ich bin wieder weg. Jo. Viel Spaß. Hadi. Hadi. Jetzt muss ich echt die Alte killen. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube hier können wir uns frei bewegen, weil das hat ja nichts mit dem Auslauf zu tun. Wir müssen halt aufpassen, Bruder, Zivilisten. Und falls einer von den Wichsern wieder rauskommt. Warum? Das ist die Straße. Wir dürfen die machen. Oder da werden die uns sehen. Wir haben die Maske auf, Bro. Ja, ja. Oh. Geht vor der Detonation und Deckung und holt euch eine Schüssel. Ja, sickterlein. Wachmann. Ganz links. Lass mal hinter dem Van verstecken und warten bis er drin ist. Ja. Zivilist. Was machen wir, töten? Ich nehm den mit. Wohin? Wachmann, wachmann, pass auf. Auf mich. Folle. Folle. Du kommst auch hinter dem Van. Hallo. Hallo. Du, ich... Puste dir gleich ne... Alter. Komm her, du Wichser. Ich schieß den Pisser jetzt ab. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm her, Jau. Hallo. Soll ich den Wachmann vorne töten? Nein. Mein Mann ist tolles Kunt. Bleib hier dann. Hallo. Ja, hallo. Boah, ey. Ey, vorne sieht der das? Bruder, was will dieser Eierloch? Hey, Control. Just checking your response time. That's good. Stay sharp. Ey, da ist noch ein Zivilist. Man, der Hurensohn. Was ist das, Bro? Ja, wegen dem Bastard. Ey, wir können das so schaffen, oder nicht? Du bist doch, ist nicht überzeugt. Ja, ich hoffe doch. Wir brauchen den Schlüssel. Aber das funktioniert nicht immer, oder was? Ich fick euch alle, Alter. Ich fick euch alle, wer auch immer da unten jetzt drin ist. Zick, der geht... Kommt der, ihr Wichsers. Oh, mein Nack, Kuldung. Jetzt geht's ab. So, Digga. Raus, wir haben's. Raus, raus. Raus, raus. Verreckt hier, Fickster. Hä? Steig da hin, Lan. Hast du das? Ja, warte, ich mach euch die Autos auf. Fahren wir, oder was? Nein, ich kann nur einmal. Wow. Kannst du einsteigen, Senet? Ja. Kannst du einsteigen? Ja, dann, Schenk fährt. Ich hol mir einen anderen Autoschlüssel. Mach das. Ja, mach. Geh. Ja, geh mal weg. Sei leise, Polizist. Sonst fick ich deine Tanten. Boah, geil! Was sollen wir hier machen, Bro? Wir müssen die Autos wegbringen. Entkommt mit dem Auto. Wie geil ist das? Echt? Wo seid ihr hin, Mann? Du musst durch Tunnel. Achso, durch Tunnel. Ja, arme Nacken. Ich dachte, man kann hier keine Autos fahren, Bro. Ja, anscheinend schon. Wusste ich selber nicht. Geil! Hä, wo ist der Tunnel nach hier unten? Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Wir haben noch zwei Minuten. Komme ich hier weg, Bro? Schnell. Komm, also aufzeige Fucker! Wie viel hinten ist es? Ich warte. Schnell, muss ich die Autosarcastic machen. Schnell, ist los. Welches Container? Welches Container? Ja Arme Nacken Kuldum Hier? Hier Bruder hier Ja Kommt her schnell Schnell Kommt her Wir haben noch 30 Sekunden Was ist? Schenk Was ist denn? Oh nein Komm her nein Boah Schenk ey Bruder ich hab gar nicht gecheckt Nein Du bist so ein Sack Ich sag komm her renn zum Auto Oh 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 Kann man nur zwei Autos mitnehmen, ne eigentlich mehr, ne? Ja jeder eins, aber ich weiß nicht ob Zedif so gut fahren kann mit einer Hand, weiß ich nicht Und wenn du dir das zutraust, können wir auch gerne drei mitnehmen Dann mehr Geld, gell? Ja Da ist der Spinner Ja ich bums den Arsch hier, what's up motherfucker Nigga Mabriga, Alter hier Wir machen jetzt schnelle Tour Bring du die Mühe raus, ne ne, soll sie Dann, I wanna go home Vielleicht klappt das jetzt diesmal mit den Antworten-Ding Ja du, du musst halt schnell antworten, wir waren halt zu weit weg Ja Zedif, Maske auf, was machst du da? Wir waren halt zu weit weg von dem dreckigen Wachmann Waren wir weg diese leichten Hande Wir haben in der Kuldung Ja wo ist der? Ja drinnen sind die Müllsäcke Wie ist das? Was ist der? Was ist das? Was ist der? Da ist einer Merci Da vorne ist einer Ja aber wir müssen andersrum Das ist wieder der selbe PC, ja ne? Ja, ne, hä? Nein, das ist ja wieder... Wir müssen da gleich den Namen gucken und dann sehen wir das ja Ah hier, wieder Karin, hier ist Karin Ich mach andere Seite auf Da war ein Fragezeichen, wer wurde gesehen? Weiß ich nicht Bei mir ist alles clean bis jetzt, also ich war das glaube ich, aber alles gut Ich mach andere Kann ich das, äh, nicht? Guck mal, Thiele Ja, du kannst das nicht überall hinlegen, nur auf bestimmten Boden Mach zu arm, Männer Männer, coole Mut Okay, die sitzen hier, die sitzen nicht hier, okay, die sind woanders wieder Nein, sie, guck mal her Nein, sie, guck mal her Hä? Hä? Backe! Da, da ist jemand Hier ist sie auch Kommt hoch Soll ich den abschießen? Nein, mach ich nicht Nee, kommt hoch, unten, macht keinen Sinn Ich hab die Tür aufgemacht, unten, kommt her Ich hoffe die, ich hoffe die Leichte liegt im Müll Zivilist und Wachmann Der Wachmann Steht da jetzt Der wird, der wird eine Runde drehen Wo bist du lang? Ah, der ist wieder zurück Okay, 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 okay Ich muss erst wieder den Geschäftsführer finden Ich muss erst wieder den Geschäftsführer finden, wo der Bastard drin steht Ist er denn? Achso, da, warte Wo ist der Geschäftsführer? In welchem Raum sitzt du diesmal, du Wichser? Das ist der Platz Leute, ihr habt den Haben wir? Nee Wo ist der Wichser, hä? Oh, oh, oh Zivilist, 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 geh weg Wachmann, oh, mein ne, keinem Passt auf, das Wachmann Schaltet ihn aus Ausschalten Antworten Antworten Pager antworten, schnell Und Zedif nimmt die Leiche Es ist noch keiner da, noch keiner da Nimm die Pisse Geh weg Ja, hier, nimm, 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 nimm Mach deine Kiste hier Ja, ich weiß aber nicht, wo dafür ja, Leute Siktig Da geht Nicht mit diesem Ist der Kommen die her? Äh Er kommt, er kommt, er kommt Lass den weitergehen, lass den weitergehen Lass den weitergehen Wenn der weiter, weil der Geschäftsmanager ist in seinem Raum Hier kannst du wieder nehmen Brauchst du? Ja Leg deine doch auch hier mit G, dann haben wir mehr G gedrückt halten Ja Doch, geh gedrückt halten Hey, der Körper ist weg Das haben wir genug Ich denke, die Könige haben ein gutes Jahr, du? Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Werne mit Der Geschäftsführer ist in seinem eigenen Raum drin Alles gut Ok, zwei Wachen haben wir, ne? Jo Der ist hier drin Wie soll man den kriegen, wenn der, hä? Der hat die Schlüsselkarte für sein Büro, wie sollen wir den kriegen? Der muss rauskommen Ja, wir müssen warten, Bo Oh Mann, ey Schmutz Ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar andere ausschalten können In der Zeit Ja, warum geht das nicht? Was denn? Ähm Die waren Zivilisten vielleicht Ja, ich weiß, der ist da links um die Ecke Soll ich abknallen? Ey, wache, wache, wache Geh weg, geh weg, geh weg Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Lass ihn ficken Kommt er zu uns rum? Ja, ich glaub schon Lass ihn bumsen, ey, was will er machen, zwei gegen einen, komm Komm schon, komm zu uns Kommt er nicht? Du willst es, komm, du willst es, du willst noch Kopfschuss, komm Nein, Bro, der ist weg, der ist bei Selef da vorne auf Scheibe Ich hoffe es, weil dann können wir den weg weg Ja, der ist hier, der geht die Treppen wieder runter, Bro Ja, okay Der Geschäftsführer ist immer aus dem Scheiß Lass mal den Zivilist ficken Der Zivilist ist nicht da Der Zivilist ist oben Direkt weg Stop, 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 geh weg Ich hör Schritte Ich bin das, wo ich geh weg Ich hab sie Nein, das war Stöckelschuhe, Bro, du trägst keine Stöckelschuhe Hahahaha 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 Geil, also ist clear, aber er schaut trotzdem WEIS ICH Brauch, rede nicht so viel Oh man, noch kurz mal Wie sollen wir denn da rein, man? Es gibt bestimmt, es gibt bestimmt nen Weg, aber dazu muss man Kann sagen, was man will, aber die Mission ist, der ist sexy Ah, hier ist er, er ist Die Tür ist offen Kommt her Ich hab noch ne Leiche hier Hey, wie bist du reingekommen? Oh mein Gott Nimm die Leiche, ist der Ist es der Bastard, ja Ja, du hast keine Leichen Sicke mehr Ich hab, ich hab fest Und hab einen guten Tag Habt ihr die andere Leiche, ja? Oh, oh, da ist jemand, da ist jemand Geht weg, geht weg Geht weg, geht weg, bleibt da, als du darfst, nicht bewegen Hier, ZDF, nimm Hier, ZDF, nimm Hier, Control, wie viele Nintendo-Konsoles hast du? Ich habe sie alle Ich bin ZDF nicht bewegen, der macht mir bestimmt denken, du bist ne Pflanze Ich bin zu gut Gut, dass ich da war, ey Läuft gut, also ich glaube, es ist nur noch ein Wachmann übrig unten Ja, vorne beim Eingang, der Pisser Scheiß auf den Ey, wie geht da? Bisschen hochgucken, hochgucken und dann werfen Na und dran gehen Hey, wir Weißt du den Namen? Mary Brown Hey, das ändert sich ja echt ständig Hier Fick ihn Ja, Stuhl anfassen Ich habe gleich ne andere Idee, bevor wir das Zivir legen, lass erst die Wachmänner draußen ausschalten Stimmt, die waren das die, wo du gefickt hast Ja, ja, die haben uns gesehen Ah Da rennen zwei Stück rum, glaube ich, aber pass auf, da ist auch ne Kamera Also am Eingang direkt ist ne Kamera Ah Über dem Eingang Kann ich luschern, wie viele hier noch sind? Da rennt einer rum Vorne Ja, der Rest ist unten, passt Vielleicht ein, zwei noch, aber die sind irrelevant Oder ne, lass das nicht riskieren mit drei Autos, oder? Doch Ich weiß nicht, das musst du selbst wissen, ob du es schaffst Wenn wir das ohne Zeit haben, dann okay, aber mit Zeit weiß ich ja nicht Ja, deswegen sag ich ja, lass erst die Wachmänner ausschalten Ja, ja Ich schaff das, glaub mir Okay, dann lass jetzt raus hinten und dann schauen wir, ob wir die Wachmänner gekillt kriegen Am besten ohne Zeugen Am besten ohne Zeugen Da ist ein Zivilist, der geht grad aus der Zone raus So genau Super Geld Auf der anderen Seite ist ein Wachmann Ah ok Ich schau mal, ob ich rüber kann Bleibt ihr hier Wir haben keine Säcke mehr aber, ne? Hat jemand noch? Ich kann noch, ich kann noch legen Perfekt Der ist weg Wir sollen trinken holen Na leh Dein Vater Ja Da ist jemand Zivilist Gäller Da ist, da ist aber zwei Personen Hast du ein Wachmann gesehen oder was? Äh, Zivilist Glaub ich Ich zieh nur ein Ah, da ist ein Wachmann Nein, jetzt geht der weg Ach, Mann Ich hätt den so wegknallen können, Alter Gang Der C4 ist in der Van Halt der Maul Ich mach was anderes, ich werd nen riesen Bogen machen Die andere Seite ist nicht offen, das ist das Problem, ich komm nicht an den anderen Wachmann Beachtung Zivilisten irgendwo Nein Bis jetzt nicht Noch kein C4, ich will erst an die andere Tür Würde ich das machen? Ja, aber noch nicht benutzen, ich will da hinten links hin Okay Weil da ist noch der, da ist noch das Tor zu Jaja Und der Wachmann rotiert ständig von links nach rechts Obwohl, ne Ey, Zivilist, rechts, 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 rechts Wo? Soll ich abknallen? Hier bei mir, bei mir, Bro, hinten drin, hinten Siehst du den? Ich seh den nicht, weil ich weiter weg bin Soll ich den abknallen, darf ich? Versuch ihn ohne abknallen Wie denn? F F, F, F F, F Fesseln Hab ich, Bro Okay, der Wachmann kommt zu mir, perfekt Geh weg Der soll herkommen Ich werd mir den jetzt gleich snacken, den Bastard Ich hab mich erschocken, da stand entdeckt, alter Nur wegen Zivilist Ist da ein Zivilist, kommt da einer? Bei mir Ne, aber auf der anderen Seite ein Zivilist kommt Nein, bis jetzt alles clean Doch, da ist einer Da kommt ein Zivilist von deiner Seite, aber der ist ganz ganz weit hinten Du hast noch Zeit Na dann weiß ich, was soll ich sagen Mach mir schon HÄäääääääääääääääääääääääääääääää Das macht doch keinen Sinn Ey, egal, komm äää, wenn du willst nimm mal eine Autokay, ja Ja Mach C4 schnell Ja, mach ich... Mach C4sd Ja Was ist da? Egal Scheiße, mach ich mal Nimm eh wieder zwei und ich fahr ein. Wir müssen eh nur da rein. Wir hätten es ja vorhin auch geschafft. Das ist kein Ding. Kannst du die Autos alle aufmachen? Du brauchst immer einen Schlüssel dafür. Wir müssen jeweils einen Schlüssel nehmen. Weiß ich, wo die Schlüssel sind, Bro. Ja, der wird gleich angezeigt. Komm her. Komm jetzt rüber. Oben. Die sind oben. Oben? Oben. Wo, wo, wo? Hier in so einem Kasten sind die drin. Oah. Hol dir einen und dann fahr mit ZF. Okay. Wir wissen eh wo lang, deswegen easy. Oh. Hallo. Egal, fahr mit mir einfach fest drauf. Ihr habt doch gesagt, dass wir mit dir fahren. Hallo. Hallo. Hä? Hallo, wohin? Hä? Komm noch. Egal, komm einfach. Ich verscheiß doch, komm. Jetzt verkackt das nicht. Komm. Ja, alles gut. Ich bin ja. Ich habe mich auf einen Unfall gebaut. Ja, fast. Egal, Auto ist aus dem Panzer. Kriegt keine Spuren, Alter. Ja, schaffen wir. Wir checken wieder nicht, woher hinläuft. Oh, wo ist Maurice, wenn man ihn braucht? Ah, ah, ah! Er will schon wieder aus seiner Kiste raus, der Bastard. Mann, du bist so wendig wie eine alte Oma auf dem Rollator, ey. Dreh dich, scheiß Lamborghini. Ja, ich hab dich. Drex Auto. Cenkfa! Fahre ein Container rein und dann kommt die her Fahre ein Container rein, Bro Und jetzt kommt er Hoppa Oh mein Gott Oh Das mit Outends ist doch nicht geschafft Das sind zwei Man, warum wird der denn gese... Beziehungsweise, warum hat das denn nicht geklappt? Ich war direkt bei dem, Alter Macht überhaupt keinen Sinn Alter Ich glaube 18 Dollar Wunderbar, wunderbar, 18 Dollar 18 Dollar 18 Dollar War auch zu klauen Ich hab Deagle freigeschaltet, Fank Nee Level 36 Oh mein Gott Aber ich will trotzdem Sniper, ist besser Mhm Oh, ich krieg extra Kohle ZF auch Ich auch Muster Jawoll Wollen wir nochmal? Ja klar Also, neue Map Jo, hab ich Ich hol jetzt erstmal die Sniper Jawoll Oh, ein Sniper Jetzt geht's ab, Digger Juhu Ah, ja, ja Mann Äh, was will ich jetzt denn machen? Ja, weiß ich nicht Du könntest sparen Wenn du nichts... Außer du brauchst halt irgendwas Ich mag diese Mission, wo man leise sein muss Voll lustig Ich glaub nicht, dass du irgendwas... Also, man braucht jetzt nicht wirklich was am Anfang Uuuuh Was ist das? Oh, ich muss putzen Ahhhh Ich hab... Ich hab jetzt grad einen Sticker an die Waffe gemacht Ja, wow, ihr könnt alles machen Ich muss immer Scheiße machen hier Ja Ich hab jetzt die Sniper, Junge Jetzt geht's ab Warte Moment, Moment Hohohoho Warten, Oschi So, Digger Jetzt geht's ab Aber warte mal, ganz kurz Okay? Ja, ich muss auch... Wie warte machst du? Du machst... Ich mach's nicht, oder? Mach mir noch kurz mal So, Digger Jetzt geht's ab Ich muss auch Sachen machen Ja Kaffee, Kaffee Kaffee, Kaffee Kaffee Maschine dauert 10 Jahre an Minus XP Hoffentlich gibt's diese Scheiße Kaffee Ich nehm wieder... Ich nehm wieder mein Karmesingold, Alter Was geht ab, Ali? Kaffee Maschine D bei Kaffee Ja, Kaffee Maschine D bei Kaffee Du aushält nicht lange Müll Kaffee Maschine D bei Kaffee Kaffee Maschine D bei Kaffee Oh Yeah Ohhh Ohhh Jawohl, jetzt geht's ab Alter, was ist mit meinem Entdeckungsrisiko los, nur weil ich ne Sniper dabei hab Schönes mal erlebt Guck mal auf, wie ich da Die hat doch jeder Amerikaner dabei, hä? Was munce Problem? Wam, was kann ich so mitnehmen? Mmh 가� neither Vielleicht nen Koffer, oder... Wie ihr wollt? Wollt ihr wieder schleichen oder nicht? ja dann mach mal wieder schleichen ja ja ich schau kannst du keine froh nehmen was wollt ihr mal ne schwere mission machen was heißt schwer auch schleichen oder was ja broklin bank ich hab mal so desto aufwändiger desto mehr geld echt gibt doch sinn oder nicht aber wenn wir bank gehen dann nehme ich nicht die snapper kann es mal mandarinen geben wenn ich jetzt kein mit wireless mache dann kann ich das ganz alleine tun aber ich habe kabel hat man deine fester liegt es nicht ja dann gebe ich dir mein wireless headset dann musst du nur mit kamera kann man nicht nein dann kannst du mit kamera gehen ja du bist faul alte man nicht du bist faul man nicht ja aber sagst du miete zahlst du selber ne ja du zahlst du miete nicht allein also ja ach komm halt dein maul danke jetzt komm und fack was du ist okay ja haha jetzt haben wir 50 prozent mehr ausdauer mehr rufreichweite und weniger schaden wenn wir in einer gewissen reichweite sind so jetzt sind wir noch besser dabei mhm ja einfach mit einer sniper gehe ich da reingebe ich mal ja hast du bezahlt ich glaube 725 tausend diegel ist sogar teurer what the fuck na jetzt habe ich kein geld mehr hihihi 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 oh geht direkt los ja ok ich dachte ein bisschen leiser ne doch nicht anscheinend egal hallo was soll man mit den leichten decken jetzt keine ahnung schaffen wir schon es ist auch noch schwer ne denk dran nehmt geiseln so viele wie ihr könnt hier tue ein ein das ist es 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 Ich kann mit dem Sniper durch den Schild schießen. Ich bin getasert. Ich kann mit dem Sniper durch den Schild ballern. Das ist der Fall. Scheiße! Zeig mal. Oho! Wies! Die Säge ist fertig. Ich kann die schneller! Ja, die sind irgendwie. Die sind alle Warned, Alter. Beide Seite. Die machen schon seinen Vater. Weiter, weiter, weiter! Kommt rein Kommt hier auf dem Fahrplatz Hey James, komm Hey James, follow me 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 Nimm mal einer das andere Äh, Termit passt oder wie es heißt Hey James, come with me Hey James, come with me Nachladen Oh, ich sterbe ja falsch Wir sollten uns auch nicht so viel mit denen aufhalten Einfach die ÖA versucht die Mission zu machen Ich habe diese Paste nicht Kommt mal her, wer die hat Oh, wie sterbe! Eiei Ah, 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 ah Oh, danke Ich brauch euch da drin, kommt rein Schess auf die Bullen Geh bitte an den Tresor und tu da die Paste drauf, wenn du sie hast Wir brauchen noch mehr, armenakudemo Wir brauchen noch mehr, wenn du dich kontrollierst Wenn du dich kontrollierst, wenn du dich kontrollierst Wie ist das? Frag die Taser Frag die Taser Außerdem macht es die ganze Sache doch noch ein bisschen schwerer Wenn man keine Rüster nennt Armenakudem, wo kommt ihr denn her? Ja, okay Okay, wir brauchen doch Rüster Zichterlern Zichterlern Oh, fuck Aber die Sniper ist krass Ja Wiederholen wir ja, okay, komm, egal Wie wiederholen, hä? So Jetzt, Ausrüstung So Nimm die Rüstung Habt ihr? Warte, wir brauchen noch Äh, First Ja, er ist Hilfe Set, du Ja, genau, wir müssen die Dings ändern, genau Wir brauchen alle, er ist Hilfe Set Ja Obwohl, nehmt ihr irgendeine Munition, weil ich brauch für meine Sniper Muni Ja Was ist das denn? Bulzenschneider Spezialmesser Ja Hast du Koffer? Ich hab ne andere Idee Ich hab ne andere Idee Ja Ich nehm ne Sentry Gun mit Jake Sentry Gun Pfff Jetzt geht's ab, Digger Hey Jane, follow me Hey Jane, follow me Hey Jane, follow me Hey Jane, follow me Gehe auf mich Lass dich mal hier in die Ecke bringen Komm Lass dich mal hier in die Ecke bringen Lass dich mal hier in die Ecke bringen Geht schon mal auf dem Parkplatz. Ja, wo kommst du her? Ja, aber da gleich wieder die Sachen sind, die brauchen wir. Wir brauchen diese Termitpaste. Jane, kannst du eine Rüstung an? Ja, wieso? Keine Ahnung, so sieht man aus. Alter, self, was machst du da? Ja, moin. Du hast ja auch überhaupt keine Deckung. Bist du da hochgekommen? Egal, Trick 17. Versteck dich am besten hinter den Autos. Danger! Ah! Ah! Soll ich mein Leben auffüllen? Ah ja. Ach, ist mir tot, tot, tot! Könnt ihr mich aufgeben? Ah, mein nackt Krönema. Ja, gleich. Super. 15 Sekunden. Oh, mein Gott. Oh, come on. Ich bin tot, war es 5 Sekunden? Egal, tschüss. Oh, mein nackt Krönema. Ah, mein god. Ihr habt keine Rüstung an, oder bin ich dumm? Okay, habe ich keine Rüstung an, oder bin ich dumm? Es kommt mir so vor, Alter. Ja, ich hab doch... Es kommt mir so vor, als hätten die beide keinen anzuschleppen, wie ihr down geht. Keine Ahnung. Was hört ihr? Man, ist jetzt ganz einfach. Fick sie alle! Was ist denn das? Sentry Gun! Ja, wie geil! Ah, Mann, komm! Was will der denn hier? Ja, ja, okay, cool. Vielleicht ob man permanent gestunnt ist, was ist das denn? Ja, geil. Du Grünsohn, fick deinen Tanten. Man ist permanent gestunnt. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht Panzerungen haben, Alter. Irgendwann stimmt hier nicht. Schaut mal, ob ihr wirklich Panzerungen anhat. Das kam mir nicht so vor. Ja, ne? Ich hab sie an, aber krieg trotzdem übel aufs Maul, weil die so viel drücken, Alter. Auch schwere Schutzweste ist doch, hä? Ja. Dann sind die einfach nur stark. Uiuiui. Äh, gibt... Ähm, Mitte... Äh... Ne. Wir schaffen das schon, keine Sorge. Wir schaffen das schon. Ich hab auch keine Ausrüstung benutzt, das war doch. Wir bleiben jetzt einfach zusammen, besser ist es. Ohhhh. 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 Direkt rein, Säge ran und dann Säge verteidigen. Ohhhh. 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 Wie? Norah! Sohn fremdruck. Ganz kurz inas für den Weg! Nein, das noch mal. Was sehr убийlich für die Gäste. Dass das sind die USA Mysin Komm mit mir! Everybody stay down! Stay down! Stay down! Come with me! Pass auf Taser! Der ist hier irgendwo! Oh die können permanent tasern die Pisser! Hier schreibt mir nicht so viel! Hier wird geflasht die Wichser! Der Griff wieder aushält man! Der Griff wieder aushält man! Achso mehr Dach! Dach! Auer! Mann, ich bin ein Kudemol. Komm, wir müssen dahin Ich werde von überall beschossen, armen Knacken Mann, von wo krieg ich denn ständig nen Hit, dat Mann? Wumst mir einer ins Abschluss, oder was? Ich werde von überall auf dem Weg bringen. Fünf, ich werde das Drill in den Vulturen bringen. Ich werde das Drill in den Vulturen bringen. Ich werde das Drill in den Vulturen bringen. Mann Ich versuche Zeug zu kommen, ich habe den Bohrer dabei, au, au, au! Was soll ich denn machen, Alter, Mann? Wo kann ich meine Panzerung hinlegen? Geht nicht! Ah, ich werde ständig gehittet, Mann! Wie lange dauert der Wichs? 360 Sekunden haben wir nach rund 6 Minuten. Ah, ich bin getasert! Kann mal einer bitte den killen? Hilft mir! Gank, vor mir! Ich kann nichts machen! Weg, weg! Der Dreckete, komm mir auch mal her! Wir müssen beim Bohrer bleiben, by the way. Dann musst du zu den Bullen raus. Mach das doch ganz anders, Dekker! Ich hole jetzt meinen Little Helper, Alter, hier! Der beschützt den Tresorraum, haben wir nach Kodomo! Ich lasse den Sentry Gun, den einen Ausgang bewachen. Der Drill! Der Drill! Abmeld! Abmeld! Die Sentry hat keine Muni mehr. Kommt einfach zurück zum Bohrer, nicht rausgehen. Bleib beim Bohrer. Kommt einfach raus. Ja. 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 Fui, Fui! Friede Taser, jetzt Hilfe! So... Passt schon. Machen wir es schneller, Fixbohrer! Fui, Fui, Fui! Jetzt reicht es mir, das ist viel grad Feuer! Ich hab null Pudi, Digga! Scheiße! Alter! Geh weg, Geh weg! Fix das! Oh mein Gott! Geh weg, Geh weg! Geh weg! Geh weg! Eieieiei! Okay, bleib tot! Bleib am Limm! Reiß drauf! Geh weg auf! Shit! Keine Muni mehr! Ja, was soll ich machen? Er ist gefickt, er ist gefickt! Boah, eure Hurenmütter! Ich fick eure Tanten! Boah! Boah! Boah, das ist schwer!